Wo ist bloß die Vielfalt in Stall und Garten geblieben? Das 19. Jahrhundert galt als das Jahrhundert der Vielfalt. Später, im 20. Jahrhundert, wurden moderne Züchtungsbetriebe, neue Anbaumethoden und die industrielle Verarbeitung vieler Produkte immer wichtiger. Dadurch sind alte Kulturpflanzen und Nutztierrassen in Vergessenheit geraten. Die uralte Apfelsorte Goldpamene ist eine von 1800 sehr seltenen Obstsorten. Pro Spezia Rara bewahrt diese und andere alte Sorten in speziell dafür angelegten Obstgärten. Aber nicht nur alte Nutzpflanzen sind vom Aussterben bedroht, auch rare Bauernhoftiere und Zierpflanzen gilt es zu schützen. Helfen Sie mit, die Vielfalt auch in Ihrer Umgebung zu bewahren. Für die Unterstützung ist nicht nur das Wollschwein dankbar. Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017